Ja, grüßt euch Leute, ein neues Review heute von mir. Und zwar habe ich euch heute den Laialina Desert Dream mitgebracht. Hier steht es, Desert Dream. Es soll Ananas mit Orange sein. Hier habe ich sogar noch das, ja, hier ist die Steuermarke für den Preis. Ja, knapp 16 Euro für 15 Gramm. Nachdem ich die Dose aufgekriegt habe, da sie ja sehr verklebt ist, kann ich euch auch den Schnitt zeigen. Der Schnitt ist meiner Meinung nach sehr grob, ja. Es sind sehr viele grobe Sachen dabei, sieht man glaube ich sehr gut. Tabak ist auch sehr feucht, sift sehr. Und ja, Orange Ananas. Also ich finde, Ananas gibt es nur wenige gute, ja. Am besten, den ich bis jetzt geraucht habe, das war der Pineapple von Star Wars. Und wenn man dran riecht, riecht der wie der Star Wars Ananas, ja, richtig geil. Dieses süße, leicht süßliche, fruchtige Ananas. Ja, ich liebe Ananas, auch wenn ich ja laigisch gegen sie bin. Es ist einfach, es riecht einfach episch, Orgasmus, tistisch geil, ja. Beim Riechen rieche ich auf jeden Fall keine Orangennote. Es riecht eigentlich nur Ananas, vielleicht so ein bisschen was Säuerliches von der Orange oder so. Aber so richtig Orange riecht man dann nicht raus in dem Tabak. Ja, Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf dem Batscher Naturtonkopf mit zwei Lagen dickerer Alufolie und drei Aluhankohlen ganz am Rand. Auf der NPS mit dem TRS Glasschlauch. Ja, die Rauchentwicklung ist sehr gut, wie ihr seht. Kommen wir zum Geschmack. Der Geschmack ist sehr, sehr mild, finde ich. Man schmeckt die Ananas sehr mild raus, ja. Man schmeckt so ein bisschen dieses frischte, fruchtige, lecker. Es schmeckt original wie Ananas, ja. Also man schmeckt es auf jeden Fall raus, aber es ist nicht intensiv da. Die Orange fehlt komplett. Vielleicht billigst du mir ein, weil ich sage, da ist ein bisschen Orange drin, dass diese leicht im Abgang mitkommt. Aber wenn jemand sagen würde, es ist ein Ananas-Tabak und ich will den rauchen, da würde ich nicht vermuten, dass da noch was mit drin ist. Der Tabak ist ganz okay. Die Mischung Ananas-Orange. Als ich den Tabak gesehen habe, habe ich direkt einen geilen Orange-Tabak wie Alfacha oder so gedacht, ja. Da dachte ich mir so geil, so ein richtig geiler Orange-Tabak vermischt mit so einem richtig geilen Ananas-Tabak. Das könnte richtig gut werden, dachte ich mir. Der Tabak ist aber nur okay, ja. 7 von 10 Punkten kriegt er von mir, das ist so eine Standardbewertung, wo ich sage, er ist okay, man kann ihn rauchen. Man kann ihn vielleicht mehrmals rauchen, 200 Gramm, okay, ja. Ich kann ihn alle paar Tage mal rauchen. Aber es ist nichts was, wo ich sage, ja, bei einer Rauch-Session oder sonst, wenn ich Besuch habe oder so, oder hier, ich habe mal einen richtig geilen Tabak, das ist es auf jeden Fall nicht. Er schmeckt ganz okay, fruchtig, süßig, nach Ananas, ja. Vielleicht im Abgang so ein bisschen was von einer Orange, aber auch nur vielleicht. 7 von 10 Punkten, man kann ihn probieren, das Geld ist nicht rausgeschmissen, das Fenster, denn er schmeckt okay, aber es ist halt kein Burner. Ja, das war es dann schon wieder von mir, bis zum nächsten Mal.